Liebe Zuschauer, Peter hatte in den vergangenen Tagen die Möglichkeit, vor Unternehmern zu sprechen, mit den verschiedensten politischen, gesellschaftlichen Ausrichtungen. Peter, möchtest du dazu einige Informationen schon vorab bekannt geben? Ja, es war eine Rede in Lüdenscheid. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal berichtet über die Firma Emilturg, Aluturg Gießerei, jetzt der Inhaber Axelturg. Und ich hatte Gelegenheit, vor einer Reihe von Unternehmern à la couleur eine Rede zu halten, auch vor Angestellten. Und hier ging es um gesellschaftspolitische Themen. Es waren auch das Thema Werteunionwerte und Werteunionförderverein und Werteunionpartei. Hier sind ja nun sehr kritische Verlautbarungen zugange, die auch absolut nachvollziehbar sind und wir werden dann auch weiter nachgehen. Aber ich hatte hier Gelegenheit, mir die Sorgen und Nöte anzuhören, denn das ist genau die Notwendigkeit, einmal nah dran zu sein. Und das unterscheidet uns von den herkömmlichen Politikern, dass wir sagen, wir sind nah dran, wir hören die Menschen, die Sorgen und Nöte. Und deshalb haben wir auch die Ausrichtung, die wirklich Millionen Menschen interessiert, weil wir sagen, wir gehen dorthin, wo es notwendig ist. Und wir verschließen uns nicht anderer Meinung. Aber hört euch einfach die Rede mal an und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also viel Spaß beim Zuschauen. Da kommt noch ein Porsche vorgefahren. Da warten wir noch. Mit Alufelgen von Ihnen. Nehmen wir an. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe der Bitte natürlich sofort Folge geleistet. Der Axel Turk hat mich angesprochen und dann habe ich mit Dr. Benno Mutter Sander gesprochen. Ja, die mich noch nicht kennen. Aber ich muss mich auch mal bedanken, Mitarbeiter von mir, das ist meine Partnerin, das ist die Petra. Und das ist unsere Manuela, die seit fast fünf Jahren jetzt diesen Leidensweg der freien Meinungsäußerung mitmachen. Und das ist nicht immer einfach. Also ich denke mal, die Damen haben mal einen Applaus verdient. Mich sieht man immer vor der Kamera. Aber das sind die Damen hinter der Kamera und die wirklich die Kommentare, die Mails bearbeiten zusammen mit dem Team und die das Team zusammenhalten. Es gibt noch mehr. Und es ist ja nicht immer leicht, heute seine Meinung zu sagen, wenn man danach noch öffentlich auftreten möchte. Was uns hier eint, ist der Wille für politische Änderungen. Sonst würden sie im Samstagnachmittag, Dortmund spielt erst um 18.30 Uhr, Leverkusen wird Meister. Also die Dinge sind vergeben. Deshalb habe ich mir auch einen zweiten Wohnsitz in NRW geholt, weil Bayern dies ja mal nicht Meister wird. Aber was uns eint, ist der Wille, die Politik in Deutschland zu verändern, maßgeblich mitzugestalten. Und was ich immer wieder deutlich sage, nach demokratisch verfassungsgemäßen Umständen. Also wir haben nicht vor, irgendwelche Umsturzpläne. Das ist das, von dem wir uns, da distanzieren wir uns von, ansonsten nicht. Aber wenn ich immer wieder höre, wir müssen das auf den Kopf stellen und das, das mag alles sein. Aber wir haben ein funktionierendes Land. Und man möge sich vorstellen, wenn man das in dieser Form destabilisieren würde, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Politikveränderung haben, die um 180 Grad, nicht um 360 Grad, aber um 180 Grad. Kurz zu meiner Person. Der Axel Turk hat mir gefragt, was ich für ein Jahrgang bin. Ja, ich bin 70 Jahre alt, wahrscheinlich der Methusalem hier in dem Lande. Und mache das Ganze aus Patriotismus. Ich habe meine Firmengruppe seit 42 Jahren. Ich mache das nicht des Geldes wegen. Da wird manchmal gesagt, dem Netz, der Krauharie, der macht es, weil er Geld sammeln will. Glauben Sie mir, wenn Sie 42 Jahre eine Firmengruppe haben, das meine ich jetzt nicht überheblich, sondern dann haben Sie verdient, wenn Sie sich zur Ruhe setzen würden. Aber ich mache das für meine verstorbenen Eltern, für die Großeltern, weil ich einfach sage, ich will dieses Land nicht Linksideologen überlassen, die in irgendwelcher Form das, was wir an Substanz aufgebaut haben, hier alle, die hier sitzen und wie wir vorhin vom Axel Turk gehört haben, wie der Mittelstand hält das Ganze aufrecht, ich will das nicht kaputt machen lassen. Und was ich vergessen habe, ich begrüße, ich glaube, die junge Dame hier vorne ist von der Presse. Ja, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie hier sind. Also, und die Peter Lohmann ist auch da, hallo. Ja, hallo, genau. Ja, genau, hallo, jetzt haben wir es, ja. Und früher Bayerischer Rundfunk viel gesehen, heute bei uns, ja. Ja, aber die Lüdenscheider Presse hat sehr gut über uns berichtet, also vielen Dank, sie hat fair berichtet. Aber kurz zu meiner Person. Ich bin Inhaber einer Firmengruppierung, habe Beteiligungen. Ich war schon immer politisch interessiert, mehr wirtschaftspolitisch, das lag an meiner Firmengruppierung und habe aber nie die Öffentlichkeitsarbeit betrieben, wie wir es jetzt erleben. Wir haben über eine Million Follower und Millionen von Zuschauern. Ich habe angefangen seinerzeit, ich habe eine Leasinggesellschaft und war früher bei der Deutschen Leasing. Und für mich war das Wort alternativlos nie so prägend. Wir haben immer Alternativen gehabt. Ich war fünf Jahre im Ausland und wenn ich zu meinem damaligen Arbeitgeber der MAN gesagt hätte, es ist alternativlos, dann hätten die gesagt, bist du der Falsche. Wir brauchen Improvisationsgabe und wir brauchen Möglichkeiten. Moment, ich hebe das mal auf. Und wir brauchen Möglichkeiten, die immer Alternativen offen lassen. Diese Alternativlosigkeit, viele von Ihnen werden sich daran erinnern, fing an mit der Lehman Brothers Pleite. Da habe ich gesagt, das ist alternativlos die Bankenrettung. Okay, wenn das alternativlos ist. Wir haben uns früher viel refinanziert über die Sparkassen und die Sparkassen sind Tochter der Landesbanken. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, mein Gott, was haben denn die alles refinanziert? Die sind eigentlich für den Mittelstand zuständig, war alternativlos. Das heißt, der Mittelstand hat da das erste Mal gelitten. Der Mittelstand hat nämlich dann das ausbaden müssen, was die Landesbanken versaut haben. Die haben nämlich Kredite nach Amerika vergeben. Nach Florida von der Standhütte haben die refinanziert mit zweieinhalb Millionen. Die waren halt einfach zufrieden, haben gesagt, wir haben eine Ratingagentur, das passt. Wir hatten bis 31.12.2022 eine Bankenzulassung, eine Bafin-Zulassung. Wir wissen, was es bedeutet, heute Geld zu bekommen und unter welchen Maßgaben. Wir haben aber auch erlebt, wie leicht das Geld dann verschleudert wird. Und wenn Sie fragen, wie kommt der Weber dazu, dass der eigentlich an die Öffentlichkeit gegangen ist? 2018 bin ich mit Freunden von einer Segeltour zurückgekommen. Und jeder auf dem Schiff, wenn wir abends zusammensaßen, wir haben jetzt keine Standtischparolen gesagt, nochmal deutlich für die Presse, wir haben gesagt, Ausländer raus, sondern wir haben über eine Situation diskutiert, was geschieht gesellschaftspolitisch in Deutschland. Und da haben die Leute immer gesagt, durchaus mit geistigem Hintergrund, das kann man ja nicht sagen und das meine ich nicht so. Da habe ich gesagt, wieso kommt ihr dazu, dass ihr sagt, das kann man nicht sagen, das meine ich nicht so. Wir diskutieren doch ganz offen. Und da bin ich im September 2018 an die Öffentlichkeit gegangen, als völliger Newcomer, mit einem Video, Handy gemacht und ja, habe dann gedacht, na wem interessiert denn das? Und habe so ein bisschen über die politische, gesellschaftliche Lage berichtet. Das war an einem Samstag. Sonntag ruft mich ein Freund an und sagt, du hast 462.000 Aufrufe. Ich habe das für einen Witz gehalten. Und nach einer Woche waren es 5 Millionen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und das war dann so, dass wir dann nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr hat man Hoffnung in uns gesetzt. Man hat gesagt, der hält seine Birne in die Kamera, der ist glaubwürdig, der drückt Dinge aus, die wir denken und wir trauen uns das nicht zu sagen. Und so ist Hallo Meinung entstanden. So habe ich Hallo Meinung gegründet. Und nochmal, die Mitarbeiter sind von Anfang an dabei. Meine Partnerin und unsere Manuela leisten eine super Arbeit. Und auch die anderen Herrschaften im Hintergrund, die durchaus Samstag, Sonntag arbeiten, um einfach zu religieren, um den Laden sauber zu halten und nicht, dass man irgendwelche Menschen dann hat, die Parolen ausgeben, die nichts mit unserer Meinung zu tun haben. Weder was die Migration angeht, noch was die Regierung angeht, das sind alles Menschen. Und wir sollten eines lernen, die menschliche Sprache und die Umgangsform sollten wir beibehalten. Und das wird allzu oft geht es verloren. Und leider Gottes, und das sage ich in aller Deutlichkeit, Leider Gottes macht es uns die Politik vor, in welcher Form manchmal da diskutiert wird. Ich möchte Ihnen heute, uns gibt es im Oktober fünf Jahre, wir haben knapp, wir haben über 3.200 Sendungen gemacht. Ich möchte Ihnen heute Erfahrungswerte näher bringen, die Ihnen bei der Werteunion und bei der Werteunion Partei auch helfen können, Dinge zu sehen, Dinge zu werten und Dinge umzusetzen, die Ihnen nicht so negativ widerfahren, sagen wir mal so, nicht wie bei der ganz so glücklichen Gründung der Partei. Und das drücke ich jetzt eher etwas vorsichtig aus. Die Entwicklung war halt so, wir haben 3.200 Sendungen. Am Anfang mussten wir auch lernen. Das heißt also, was habe ich gemacht? Ich habe mitunter mich sehr wütend geäußert, aber die Reflexion war, dass wir hatten sehr viele Zuschauer, die haben uns dann auch so zurückgeschrieben. Und dann haben wir gesagt, das tut uns nicht gut, denjenigen, der Moderator, meine Person und dem Team, aber wir wollen auch andere Menschen. Also haben wir uns so nach und nach umgestellt, haben gesagt, Moment, es muss qualitativ besser werden. Nicht bloß in der Technik, sondern es muss unsere Aussage, muss souverän wirken und sie muss nicht mit Schaum vorm Mund. Und das hat eines gezeigt vor dreieinhalb Jahren, die Qualität der Zuschriften, die wir erhalten, und meine Partnerin wird es bestätigen, das sind nicht Hundert oder Tausend, es sind Zehntausende, die wären qualitativ immer besser. Also Menschen mit einer hohen gesellschaftlichen Würdigung, ich spreche jetzt nicht von Doktores oder Rechtsanwälten, die sind auch mit dabei, aber ich spreche von allen Gesellschaftsschichten, die uns zur Kenntnis geben, wie sie sich fühlen, was man tun kann und das ist etwas, das erfreut uns doch sehr. Eines darf ich Ihnen sagen, wir sind ja sehr viel in den Länderparlamenten und im Bundestag unterwegs. Und wenn Sie in dem Medier Bau und Leasing unterwegs sind, und ich mache das jetzt, ich habe bei der Deutschen Leasing 77 angefangen, also da ist schon keiner mehr, lange schon nicht mehr aktiv, aber ich habe immer gedacht, ich bewege mich da am Haifischbecken. Aber was ich in den Länderparlamenten und was ich im Bundestag kennengelernt habe, wissen Sie, was das Hauptproblem ist? Eitelkeit und Narzissmus. Eitelkeit und Narzissmus. Und dann kommen erst die Fraktionszwänge. Aber was Sie dort erleben, was dort letztlich passiert, das ist manchmal wirklich schon erschreckend, weil ich mir sage, Moment, die regieren in NRW, die regieren in Bayern, beispielhaft jetzt natürlich auch in anderen Bundesländern oder im Bundestag, Sie sind erschrocken, a. über die Kompetenz und b. über die Eitelkeit bis hin zum Narzissmus. Ich kann Ihnen einen wichtigen Rat geben für diese Partei oder für die Werte-Union Förderverein und daraus begründet die Partei. Sie müssen Profil haben. Es muss Profil vorhanden sein und was ich bis jetzt nicht, ich bin Außenstehender, ich gehöre weder der AfD an noch bin in der Werte-Union, aber Sie müssen Profil zeigen und dieses Profil muss für den Menschen, der Interesse an dieser Partei hat oder am Förderverein, muss erkennbar sein. Und dieses Profil wird nicht erkannt, wenn Sie sich ständig distanzieren. Und wenn Sie sich distanzieren und sagen, aber da machen wir nichts und da haben wir, wir haben zwar keine Brandmauer, aber wir machen das und das, denn Sie haben Aussagen, die sind oft so. Das heißt also, eine klare Aussage, wo wollen Sie hin, was stellen Sie sich vor und dann können Sie auch Wähler gewinnen, a. Nichtwähler und b. Wechselwähler. Das ist ja das, was in erster Linie dann der Fall sein soll, denn der Kuchen hat 100% und von den 100% können Sie nicht mehr erzielen. Und wir erleben ja jetzt gerade jetzt in Thüringen, ich glaube, ja, heute dieses Wochenende ist ja der Landesverband und da wird ja der Spitzenkandidat für Thüringen gekürt. Das soll ja Hans-Georg Maaßen sein, der ja oft bei uns Interviewgast ist. Ich sage Ihnen eines, ich kann mit einem Menschen streiten, aber ich schätze die Person Hans-Georg Maaßen. Das muss ich sagen, ich schätze ihn mit seiner Kompetenz. Ich schätze ihn, bisher hat er bei mir Wort gehalten und wir haben auch noch Dinge vor, die werden viele überraschen. Und das ist auch das, was ich abverlange, weil die Menschen sagen, Weber, pass mal auf, wir glauben dir, wir vertrauen dir und welchen Weg haben die vor zu gehen? Und das ist das, was ich Hans-Georg Maaßen abverlangt habe und den Weg wird er auch gemeinsam gehen. Aber es sind am Anfang Fehler gemacht worden, ohne Zweifel. Und die Fehler waren dann so, die waren so, man muss darüber reden, dass unsere Redaktion hat gesagt, stimmt das, was da gesagt wurde? Stimmt es, was der Mitch gesagt hat? Stimmt es, was gesagt wurde, unser Premiumpartner? Es ist wahr. Nur muss man eines sagen, die Sensibilität dessen, was eine Werteunion oder jemand von der AfD sagt, hat einen wesentlich höheren Betrachtungscharakter, als das jemand von den anderen Parteien sagt. Das heißt also, man achtet hier auf kleinste Fehler und diese kleinen Fehler werden dann entsprechend potenziert. Wir kommen jetzt zu dem Thema Distanzierung. Ich habe es immer wieder erlebt, dass bei den anderen Parteien, wir distanzieren uns davon, wir machen dies nicht, wir machen jenes. Diffamierungen werden immer stärker werden, je höher die Umfragewerte sind. Wir erleben das jetzt bei einer Partei, die wird diffamiert bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, ich gehöre dieser Partei nicht an, aber ich habe eine sachliche Betrachtungsweise. Viele Dinge sind gerechtfertigt, Einige Dinge sind gerechtfertigt, vieles ist nicht gerechtfertigt. So rum. Aber man muss nicht drüber im Tragen sein, dass man mit schlechter Presse und mit Diffamierung rechnen muss. Und wenn ich jetzt bereits die Segel streiche und sage, damit habe ich jetzt nichts und damit nicht und das ist der Putin nahe und der ist dies und jenes, das ist ein schlechter Wegbegleiter. Und das gibt natürlich den medialen, da spreche ich nicht von Ihnen, gnädige Frau, das gibt natürlich den medialen Gegner oder den politischen Gegner, gibt es natürlich genügend Zündstoff, um zu sagen, na wunderbar, da können wir ja einhaken, die haben Angst, die gehen diesen Weg nicht mit. Also Distanzeritis, wie ich immer sage, und Angst sind ein schlechter Wegbegleiter. Nun komme ich zur Sensibilität des Wortes, der Ausdrucksform. Ich muss das auch lernen. Ich muss das lernen, wenn zwei das Gleiche sagen, ist noch lange nicht dasselbe. Also hat man im Laufe der Zeit sich doch überlegt, was kann ich sagen, wie kann ich sagen und wie kommen wir zu einem gemeinsamen Ziel. Und das ist sicherlich entscheidend, die Ausdrucksform so zu wählen, nicht die Ausdrucksform, dass ich sage, ich habe Angst, etwas zu sagen, aber trotzdem mit einer gewissen Vorsicht, niemand, dass ich jemand verletze und vor allen Dingen, dass ich dem politischen und medialen Gegner hier den Weg bereite, um zu sagen, okay, damit bilde ich wieder eine Schlagzeile. Es ist auch so, ich habe auch gelernt, Menschen, wem kann ich vertrauen und wem kann ich nicht vertrauen. Und das Thema Vertrauen spielt im politischen und medialen Bereich eine ganz entscheidende Rolle. Und hier ist einfach so, da können Sie nur wenigen vertrauen. Also das kann ich nur sagen, Sie können nur wenigen vertrauen. Man muss eines sagen, die jetzt am lautesten schreien, wir sind dabei, wenn der Wind mal von vorne kommt, glauben Sie mir, ich möchte nicht wissen, wer noch dabei bleibt. Ich bin lange Zeit Marathon gelaufen, den letzten in New York und dann habe ich angekündigt, wir laufen, da waren 30 Leute, die wollten alle mitlaufen. Zum Schluss waren wir zu zweit. Also ich vergleiche das in dieser Form auch hier, dass dann Menschen eher zurücktreten. Thema Vertrauen. Und da komme ich dazu, was wir erlebt haben mit Potsdam. Wir sehen uns darüber im Klaren, Potsdam ist eine Inszenierung, Potsdam ist eine Falle. Ich habe Martin Sellner im Gespräch gehabt. Ich habe mir lange überlegt, interviewe ich ihn. Ich habe über das Buch mit ihm gesprochen, was A, veröffentlicht ist und B, was veröffentlicht wurde, nämlich die sogenannte Remigration, ein Vorschlag. Wir haben dieses Buch auch dann auseinandergenommen. Das heißt also mit Daniel Matissek, ein Journalisten und Buchautor und wir haben darüber gesprochen. Dieses Buch beinhaltet sehr viele Wiederholungen. Dieses Buch beinhaltet vieles, was wir in den öffentlich-rechtlichen Medien, was wir in den gängigen Medien lesen können, aber es potenziert. Das heißt also, er hat eine Ausdrucksform und darüber haben wir uns deutlich unterhalten und auch distanziert. Er spricht in vielen Bereichen von millionenfacher Rückführung und spricht auch davon, dieses ethnische Volk, das deutsche Volk. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben uns deutlich davon distanziert, weil ich habe viele Freunde und das ist keine Plattitüde aus dem Ausland, aus Menschen mit Migrationshintergrund. Und Axel Turk hat gesagt, wie viele Menschen hier arbeiten und ich will nicht im Ansatz, dass das dazu führt, solches Gedankengut zu verbreiten. Und es muss auch erlaubt sein, zu sagen, Martin Sellner, was wollen Sie mit Ihrem Erscheinungsbild bezwecken? Manche Form des Laufens, manche Form, wie er sich die Haare gibt, wenn er nach Passau einreist, wenn er in die Schweiz einreisen will, will damit sagen, wir überlegen auch manchmal, wer hat denn solche Leute geschickt? Der ist ja nicht dumm. Der Martin Sellner ist ein hochintellektueller Mann, der ist nicht dumm, aber wir müssen uns fragen, ist der nicht geschickt worden, um eine sogenannte positive Subversive zu erzeugen? Das heißt also in der Form, dass man sagt, er ist derjenige, der dann wiederum dafür sorgt, dem Gegner Dokumente zu geben, aber den Menschen, die sagen, wir sollten nochmal darüber reden, dass die sagen, das will ich aber nicht, denn diese Form, wie die das der WSR darstellt mit dem ethnisch deutschen Volk, das ist etwas, mit dem kann ich mich nicht einverstanden erklären. Also ich will nicht behaupten, dass er geschickt wurde, aber zumindest ist es eine Überlegung, die getroffen werden sollte. Denn was dieser Mann veranstaltet, und ich wurde auch gesagt, vereintlich, laden Sie ihn doch mal zum Gespräch ein, wir werden kein zweites Gespräch führen, wir haben ein Interview geführt über Potsdam, Potsdam war eine Falle, keine Frage, und Potsdam ist legitim, es ist nichts geschehen, was dort justiziabel ist, aber wie gesagt, ein Herr Haldenwang und eine Frau Feser wollen ja unterhalb der Strafbarkeitsgrenze jetzt tätig werden, und da ist das Gesagte dann in unterschiedlicher Form zu werten. Aber wie gesagt, man soll sich überlegen, wo sind die Fallen ausgestellt, und die Fallen werden mit zunehmender medialer und politischer Bedeutung werden größer. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir haben, das Interview kommt glaube ich am Montag, ich hatte mit Hans-Georg Maaßen ein Interview geführt, da ging es um Frau Feser, da ging es um Herrn Haldenwang. Zunächst mal um Herrn Haldenwang, ich habe Hans-Georg Maaßen gefragt, ob er das dann genauso handhaben würde, wie es Thomas Haldenwang jetzt führt. Das heißt also politische Weisung, und Haldenwang hat ja gesagt, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, es ist eine Form des Missbrauchs der Verfassung. Die Verfassung wird gegen den Bürger missbraucht. Und das nehme ich ein Zitat Hans-Georg Maaßen, das heißt also Hans-Georg Maaßen hat gesagt, ich würde es in dieser Form nicht so, er hätte es nicht gemacht. Und in dieser Form dessen, was wir hier erleben, liegt natürlich eine Riesengefährlichkeit, ein Gefährdungspotenzial. Wir haben auf der einen Seite haben wir das, was Haldenwang sagt, und auf der anderen Seite haben wir ein verändertes Disziplinarrecht seit 1. April. Ich weiß nicht, ob die meisten das kennen. Das bedeutet also in der Form, dass Beamte auf einfachem Weg aus dem Dienst ausgeschlossen werden können, zum einen, oder zum anderen, dass ihre Bezüge gekürzt werden. Aber, und jetzt kommt die Lex Maaßen, auch sogenannte Übergangsbezüge, also Ruhegeld, gekürzt werden kann, wenn derjenige sich nicht verfassungskonform verhält. Und verfassungskonform, dann haben wir die neue Wortfindung seit Corona, haben wir die neue Wortfindung, seit Corona ist die Delegitimation der Regierung. Das heißt also, Kritik ist nicht mehr erwünscht. Ich habe die, ich bin in Leipzig geboren, 1953, ich habe den Mauerbau in Berlin mitbekommen, ich habe es erlebt, was es bedeutet, ich habe in West-Berlin gelebt, wenn eine Stadt geteilt ist, und ich habe es gesehen, was es bedeutet, wenn ein Land leidet. Dieses Land hat gelitten. Ich will nicht alles schlecht machen, was in der DDR war, aber die Menschen sind äußerst sensibel und wissen, dieses möchten wir nicht mehr zurückhaben. Das heißt also, ein Entzug unserer Freiheitsrechte und Erich Mielke mit seinem, mit seinem, für Staatssicherheit, sein Ministerium, was wir hier erleben, eine Frau Faeser und ein Herr Haldenwang sind eigentlich diejenigen, die ihres Amtes enthoben werden müssten und die wirklich, ja, eigentlich vor ein Gericht gehören, ist meine persönliche Meinung und das kann man auch aufschreiben. Nun lassen Sie mich zur Werte Union Partei kommen. Der Staat war holprig. Ich drücke es vorsichtig aus. Was ich mir jetzt wünsche, ist Geschlossenheit. Ich habe im Vorfeld jetzt dieser Veranstaltung und meiner Rede hier diese Woche eine Reihe von Schreiben bekommen, die zeigen mir, dass viel zu viel Kraft intern verschwendet wird. Es wird zu viel Kraft intern verschwendet und es gibt solche Aufgaben, die dieses Land und die Menschen benötigen. Man muss ja über eins drüber im Klaren sein. Da geht es nicht um ein paar Köpfe. Da geht es nicht darum, um den Parteivorsitzenden, da geht es nicht um Mitch und Kaufhold. Da geht es darum, dass die Menschen Vertrauen entgegenbringen. Und dieses Vertrauen muss gerechtfertigt werden. Sie glauben es nicht, was es bedeutet, wenn uns Rentner anschreiben, am liebsten würde ich nicht mehr leben. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Ich habe Angst um meine Enkelkinder. Ich habe Angst um meine Kinder. Und das sind Dinge, wenn wir dann erleben, jawohl, wenn wir dann erleben, dass die internen Reibereien in dieser Form vorhanden sind, dann kann ich nur appellieren, hört auf damit, lasst diese Eitelkeiten, lasst diesen Narzissmus. Und ich komme auch noch dazu, ich fordere Geschlossenheit und ich möchte auch basisdemokratische Beschlüsse haben. Basisdemokratische Beschlüsse heißen und uns schreiben viele Menschen an. Das heißt also, dass nicht, und wir haben in vielen Bereichen, haben wir eine Kaderparteien, dass nicht von oben nach unten, sondern dass die Menschen, die den Förderverein aufgebaut haben, die dafür gesorgt haben, dass es die Werteunion überlebt, Max Otte seiner Zeit, seine Kandidatur zum Bundespräsidenten und, und, und. Es hat ja zu Zerwürfnissen geführt und das bedeutet, dass keine Kaderpartei, ich mache mal eine kurze Pause, dann könnt ihr zuhören, dass es keine Kaderpartei geben sollte, sondern dass wir eine basisdemokratische Partei haben sollten. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber es muss so sein, dass man nicht vor vollendete Tatsachen gesetzt wird, sondern eine Identifikation kann nur stattfinden, wenn alle Bescheid wissen. Das heißt, ich kann nicht verlangen, dass nun zigtausend Mitglieder jetzt ständig dabei sind, aber zumindest sollte es ein Informationsfluss sein, der an Transparenz nichts offen lässt. Das ist der Wind, der an Transparenz nichts offen lässt. Und mein Appell ist der, ich muss mal festhalten, das Wort habe ich, aber das ist Papierpflicht davon. Mein Appell, es sollte Schluss sein mit den Diffamierungen. Ich habe gelesen, was es bedeutet, wenn man heißt, die sollten nicht aufgenommen werden, die sollten nicht aufgenommen werden. Und hier muss ich sagen, ich schätze Hans-Georg Maaßen und rufe ihm aber zu, Herr Maaßen, zeigen Sie Führungsstruktur. Zeigen Sie Führungsstruktur und das bedeutet, Sie werden Erfolg haben, aber zeigen Sie den Leuten, dass Sie irgendwann mal die Klappe halten sollten und Sie sind derjenige, der ist der Parteivorsitzende. Es gibt einen Pressesprecher. Dieser Pressesprecher soll Verlautbarung von sich geben. Sie brauchen Transparenz und glauben Sie mir, die Menschen im Osten, dieses Jahr sind ja Wahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, die haben die Sensibilisierung. Die wissen, ob sie kommen oder nicht. Und wir erleben das heute, die Parteigründung, es ist ja ausgegeben worden von Herrn Mitsch, dass er sagte, Hans-Georg Maaßen stellt den Anspruch, Ministerpräsident zu werden in Thüringen. Das ist sicherlich ein hohes Ziel. Ich will mich nicht näher dazu äußern. Aber entscheidend ist, der Weg dorthin und der Weg dorthin, der wird noch steinig werden, aber er muss bereinigt werden um diese Auseinandersetzung, die wir hier erleben. Und das ist etwas, wo man einfach sagt, es sind Menschen dabei, es waren Menschen dabei. Und ich sage Ihnen eines, meine Firmen, und die existieren jetzt 42 Jahre und wir hatten in der Spitze 1.800 Mitarbeiter. Die Firmen waren existent, weil wir Mitarbeiter, die zu uns gehalten haben, auch in schwierigen Zeiten, und in 42 Jahren gibt es unterschiedliche Zeiten der Firmenführung und der Marktbeobachtung und der Marktherausforderung. Aber diese Mitarbeiter, die sind bei uns geblieben und diese Mitarbeiter haben wir auch entsprechend gefördert. Und meine Geschäftsführerin, meine Partnerin Weißes, die hat jetzt gerade 25-jähriges Jubiläum gehabt und ich halte es für absolut notwendig, dass man Menschen, die in stürmischen Zeiten die Werteunion aufrechterhalten haben, den Werteunion, den Verein, dass die auch jetzt Berücksichtigung finden und nicht zur Seite gestellt werden. Denn das sorgt für Unruhe und ich darf Ihnen eines sagen, ich spreche noch nicht drüber, aber wir werden nächste Woche so gut will, werden wir nächste Woche eine Zusammenkunft haben, auch wieder mit Hans-Georg Maaßen und ich denke, die wird, oder ich sage nicht, ich denke, ich weiß, die wird sehr viele Menschen überraschen. Das war etwas, wir sind ja aneinander geraten, also das habe ich jetzt nicht aufgetrieben, sondern wir sind aneinander geraten, wir waren abends, wollten wir zum Essen gehen, zum Italiener, und ich sage, manchmal langt das. Die Menschen schreiben mir an, Weber, du machst da Interviews mit ihm und wir werden doch da verschaukelt und, und, und und dann war ich sauer. Vorm Essen habe ich das gemacht und das ist gleich eine Million Mal aufgerufen worden. Und dann hat Hans-Georg Maaßen, und das schätze ich als Mann und Charakter, dann hat Hans-Georg Maaßen mich angerufen, und ich sage, Mensch, was ist denn los? Und, und, und. Dann sage ich, also erst einmal einfach ein Grund, ich habe die Schnauze voll. Wenn ich das sehe, was Sie da für Verlautbarung und wen Sie da holen, ja, sagt er, was können wir machen? Und ich sage, dann lassen Sie doch Folgendes machen, wir haben etwas vor, das sage ich jetzt nicht, das ist eine große Überraschung, aber dann sagt er, können ich denn mit Ihnen, kriege ich denn noch vorher ein Interview? Ich sage, das machen wir, bevor Sie ein paar Tage nicht da sind. Dann haben wir dieses Interview gemacht und das schätze ich, wenn man sich um die Sache streitet, aber vom Ziel her einig ist. Und das ist der Appell, den ich an alle habe. Das Ziel ist, eine politische Veränderung in diesem Land, die wir bitter notwendig haben. Denn das, was die in den letzten, was Merkel schon angerichtet hat, setzt sich ja jetzt in Potenz fort. Und ich sage Ihnen, das dauert, wenn das so weitergeht, mit Sicherheit anderthalb Generationen, bis das bereinigt wird. Denn die Arbeitsplätze, lieber Axel Druck, die Arbeitsplätze, wenn die einmal weg sind, die kommen nicht so schnell zurück. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und mein Appell, lasst uns zusammenhalten. Wir können unterschiedliche Wege gehen, aber das Ziel ist gemeinsam. Und auf diesen unterschiedlichen Wegen, lasst uns konstruktiv streiten, aber lasst uns niemals personifizieren und lasst uns niemand ausschließen. Ich danke, dass ihr hier wart. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.